Hallo meine Lieben, wir kündigen euch unser neues Vimeo Video an. Wir fragen pünktlich zum Monatsende heute nach der Energie im Kollektiv der Gefühlsklärer in der ersten Juli Hälfte. Ja meine Lieben, wir haben wieder zunächst eine allgemeine Legung gemacht und danach in der zweiten Hälfte des Videos wird Micha live hier vor der Kamera noch zwei Karten, jeweils eine aus dem Tarot und eine aus dem Lenormand herausmischen für die unterschiedlichen Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Was ganz wichtig ist noch für euch, ja ihr fragt ja oft, könntest du bitte Zeiten angeben, wann die einzelnen Elemente fallen? Das mache ich ganz absichtlich nicht, weil ich nochmal darauf hinweisen möchte, wie wichtig es ist, dass wir im Grunde nicht nur wirklich aus unserem Sternzeichen bestehen. Viele von euch kennen gar nicht die genaue Geburtszeit, das ganz genaue Geburtshoroskop eures Gegenübers und es kann tatsächlich sein, dass er vielleicht Sternzeichen, Zwilling ist, ja, hat aber dann sehr viel Erdenergie noch im Mondzeichen, im Venuszeichen, im Aszendenten und dann ist dieser Aspekt einfach stimmiger. Deswegen raten wir dir wirklich, wenn du dir das Video anschaust, schaust dir von vorne bis hinten an und achte drauf, mit welchen Botschaften du in Resonanz gehst, denn als Seelenpartner, als Seelenpartnerin, ja, wirst du spüren, welche Botschaften zu dir kommen möchten. Die positive Entwicklung im Kollektiv geht weiter, obgleich vielleicht jetzt so ein bisschen Stagnation eintritt im Sinne davon, dass man bestimmte Erfahrungen aus der Vergangenheit jetzt integriert und wir waren wieder sehr, sehr überrascht, wie viele Karten dann doch aus den Decks gleichzeitig fallen wollten. Ja, wir hatten dann oftmals zwei Karten aus den unterschiedlichen Tarot-Decks, die beide fallen wollten. Das sind natürlich dann immer Hinweise darauf, dass diese Botschaft wirklich sehr, sehr wichtig ist. Wenn du dich für das Video interessierst, geh gerne hier in die Infobox unter dieses Video. Dort findest du den direkten Link zu Vimeo. Klick drauf und du wirst einfach weitergeleitet. Wir freuen uns auf dich. Bis dann, die Uli und der Micha.